KJG bedeutet für mich Gemeinschaft, viel Spaß haben und Freundschaft. KJG bringt mich auch im Zusammenhang mit Spaß und Zusammenhalt, also man macht sehr viele Gruppenspiele und das ist auch immer sehr cool. Also ich persönlich finde es gut in der KJG, dass wir da auch spielen, also nicht immer nur langweilige Sachen machen. Durch die KJG habe ich so viele nette Menschen kennengelernt. Wir machen auch privat super viel. Der KJG ist wie für eine riesengroße Familie für mich. Es gibt nichts schöneres als immer einen Tag in der Woche zu haben, wo man die Gruppenleiter sieht, die Kinder und einfach den Spaß und den Zusammenhalt auch in den Sommerlagern mitzunehmen zu erleben. Ich wusste nicht, warum man nicht zur KJG kommen sollte, weil man lernt einen Haufen tolle Leute kennen und man knüpft viele neue Freundschaften und ich glaube, das kann jeder gut gebrauchen. Das Wichtigste ist wirklich, dass hier jeder herzlich willkommen ist, jeder so angenommen ist wie er, dass sie ist. Und kein Ende in sich, kein Ende in sich, kein Ende in sich. Das wichtigste ist ganz, ganz groß. Vielen Dank.